Meine 10 Lieblings-Tabak-Sorten. Alle drei Monate kommt diese Videoreihe, dieses Mal aber ein kleines bisschen anders. Im letzten Video habe ich euch ja schon von meinen 10 Lieblings-Virginia-Tabak-Sorten erzählt. Jetzt die nächste Reihe, 10 Lieblings-Darkblend-Sorten. Ich muss dazu sagen, Darkblend rauche ich deutlich häufiger. Bei mir würde ich sagen, wird so zu 70 bis 80 Prozent Darkblend konsumiert und 30 bis 20 Prozent sind dann noch Virginia. Aber wenn ich Virginia rauche, dann meistens auch nur in Kombination mit Darkblend, wo noch ein bisschen Virginia mit reingemixt ist. Deswegen für mich persönlich das Top-10-Darkblend-Video sogar wichtiger als Virginia. Aber viele Leute wollen eben kein Darkblend rauchen, haben gesagt, Marv, könntest du das nicht aufteilen? Haben wir gemacht. Heute für mich die Königsklasse der Darkblend. Angefangen mit Platz Nummer 10, auch schon beim letzten Mal mit dabei gewesen, der Black Torrent von Darkside. Ein schwarze Johannisbeeren-Tabak, auf den ich sehr lange gewartet habe, jetzt sehr froh bin, dass er da ist. Ich rauche ihn nicht übertrieben oft, aber wenn ich ihn rauche, dann bin ich immer sehr froh, dass er am Start ist. Ich habe den damals in Russland schon geliebt, dann kam er endlich nach Deutschland. Und seitdem ein ganz besonderer Platz in meinem Herzen. Platz Nummer 9 ist der Blaze Coca-Coala. Ein Cola-Tabak mit einem relativ besonderen Twist. Und zwar ist das eine sehr, sehr würzige Cola. Das kann in gewissen Mischungen extrem geil sein. Das ist auch pur sehr, sehr geil. Man darf nicht eine klassische Haribo-Cola erwarten, sondern man muss sich eben darauf einstellen, dass das schon eine etwas würzigere Cola ist. Für mich aber ein sehr, sehr geiler Tabak und deswegen Platz Nummer 9. Auf dem achten Platz haben wir einen Tabak, der noch gar nicht so lange in Deutschland am Start ist. Aber trotzdem hat sich diese Marke hier schon echt breit gemacht in meiner Top 10. Und zwar geht es um Blackburn. Und von der Sorte, die auf Platz 8 ist, hätte ich nicht mal erwartet, dass sie mir überhaupt schmeckt. Hatte aber irgendwie die Neugier und wollte wissen, wie sie ist und habe sie mal mitbestellt. Und zwar ist das der Green Tea. Ein grüner Tee-Tabak. In Russland habe ich schon ab und zu grünen Tee geraucht, also grünen Tee-Shisha-Tabak. Und war tatsächlich relativ angetan davon. Und auch einige Blogger-Kollegen rauchen zum Beispiel sehr, sehr gerne den Darkside Astro-Tee. Und den finde ich auch sehr geil. Den gibt es allerdings nicht in Deutschland. Den gibt es jetzt zum Glück in Deutschland und ich finde den Green Tea wirklich überragend. Er riecht im Raum sehr, sehr komisch. Aber wenn man ihn selbst raucht, schmeckt er wirklich ultra geil. Das mit Raube, mit Zitrone, da geht wirklich einiges an Mixes. Mega überraschendes Ding. Mega guter Tabak. Deswegen Top 10. Auf Platz Nummer 7 und Platz Nummer 6 haben wir zwei Kismet-Tabaksorten. Kismet, auch neu in meiner Top 10 mit dabei, habe ich ehrlich gesagt relativ lange nicht mehr so richtig auf dem Radar gehabt. Aber als ich mit Yannick, aka Kassel, in Belgien unterwegs war, wir waren ein CSGO-Major gucken, hatte der Yannick einen Kismet dabei. Und den wollte ich dann auch probieren. Der roch nämlich herausragend. Und zwar war das der Wild Cherry. Und ich fand den so killer, dass ich den direkt nach diesem Wochenende auch bestellt habe. Außerdem dabei hatte der Yannick noch den Black Cane und der war auch mega. Also habe ich mir den auch noch direkt bestellt. White Cherry ist einfach nur eine relativ säuerlich gehaltene Kirsche, die aber extrem geil rüberkommt. Also ich habe lange nicht mehr so einen guten Kirschetabak geraucht. Und deswegen der auf Platz 6 und Black Cane. Rohrzuckerminze, wir kennen das zum Beispiel schon von Tangiers & Co. Den Cane Mint, den gibt es ja aber leider auch nicht in Deutschland. Der Black Cane kommt da aber sehr, sehr gut ran. Und deswegen der auf Platz 7. Auf Platz Nummer 5 haben wir einen Nasch. Der einzige Nasch, der es in meine Top 10 Liste geschafft hat. Aber der auf jeden Fall mit Recht. Wir haben hier den Exotic Fruit. Soll Ramputan sein. Ramputan ist eine sehr, sehr verrückt aussehende exotische Frucht, die geschmacklich sehr an Lychee erinnert. Ich war damals mal mit einem Rucksack in Sri Lanka unterwegs und habe da Ramputan am Straßenrand probiert. Deswegen vielleicht auch ein bisschen emotionale Verbindung zu dieser Frucht und dementsprechend zu diesem Tabak. Aber es ist auch einfach ein sehr, sehr guter Flavor, der sehr stark an Lychee-Flavor erinnert. Ihr wisst ja, ich und die exotische Früchte sind sowieso so. Und deswegen der definitiv mit drin. Platz Nummer 5. Exotic Fruit Nasch. Platz Nummer 4 ist der nächste, aber nicht der letzte Blackburn. Und zwar haben wir dieses Mal den Kiwi-Stoner. Ist ein Kiwi-Tabak, aber der Kiwi-Stoner und noch ein anderer Tabak, die haben so eine sehr besondere Note. Die sind in Kooperation mit einem russischen Blogger, glaube ich, entstanden. K-M-T-N oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auch eigentlich egal für den Geschmack von dem Tabak. Aber der Kiwi-Stoner hat so eine ganz besondere säuerliche Note mit dabei, die extrem geil ist. Kiwi-Stoner übrigens ein wirklicher Kiwi-Tabak. Also keiner im klassischen Sinn, aber ein Kiwi-Tabak. Der Kiwi-Smoothie von Must-Have hingegen ja noch mit dem grünen Apfel versehen. Aber auch der sehr, sehr leckeres Ding. Ganz schnell bei mir mit in die Liste der meist gerauchten Tabaksorten gerutscht. Und deswegen auch der verdiente Platz 4. Und wo wir es eben schon von ihm hatten, der Kiwi-Smoothie. Platz Nummer 3. Leute, ihr wisst, Kiwi-Smoothie bei mir eine Riesenliebe. Schon lange mit dabei, seit der auf den Markt gekommen ist, seit der in Deutschland erhältlich ist. Bei mir einfach unglaublich oft am Start. Wir haben eine Kiwi-Note und eine grüne Apfel-Note. Wurde das Ganze so ein bisschen fruchtig-frisch, aber keine richtige Minze. Ultra leckeres Ding bei mir seit Ewigkeiten am Start. Wahrscheinlich der meist gerauchte Mix, den ich in meinem Leben geraucht habe, ist Kiwi-Smoothie und Traube-Minze von verschiedenen Herstellern. Killer-Ding, habe ich glaube ich oft genug drüber geredet. Muss nicht mehr so viel zu erzählen. Platz Nummer 2. Der dritte und letzte Blackburn, der es auf meine Top 10 geschafft hat. Also für den kurz vorher passierten Marktstart, jetzt schon drei Sorten in meiner Top 10 haben, finde ich wirklich krass. Ich bereue es jetzt schon, dass ich nicht mehr von dem bestellt habe, weil der schon komplett restlos ausverkauft ist. Schupper-Grupper. Also manche sagen, es ist ein Traube und das stimmt auch so ein bisschen, aber es ist vielleicht die abgespacedeste Traube, die ich jemals probiert habe. Mich erinnert er so ein bisschen an schwarze Traube Vape Liquid, aber mit so einer säuerlichen Note mit dabei. Die sind zwar auch sehr süß, aber auch sehr sauer. Das ist dieselbe saure Note, die ich eben schon bei dem Kiwi-Stoner erwähnt habe. Ein ganz ausgefallener Tabak, der im entferntesten Sinne ein bisschen an einen Traube erinnert, aber sehr, sehr geiles Ding. Die Dose ist jetzt schon fast leer und ich könnte wirklich weinen, dass ich nicht mehr bestellt habe. Das war wirklich einfach dumm. Kann man nicht anders sagen, weil das ist wirklich ein geiles Ding. Platz Nummer 1 zu meiner Top 10 Darkblende Reihe. Der Blarry von Must Have. Ein Brombeer-Tabak, der mich wirklich eiskalt erwischt hat. Ich war eigentlich schon happy mit Must Have. Ich hatte den Kiwi-Smoothie und alles war gut und dann kam auf einmal der Blarry raus und ich habe den getestet. Ich habe mir eine Dose bestellt zum Testen und dachte, neue Must Have-Sorte, da muss ich auf jeden Fall rein. Der kam an, ich habe den das erste Mal geraucht und ich war einfach nur mindblown. Also ich konnte einfach nicht genug von diesem Geschmack bekommen. Es war wirklich krass. Und deswegen habe ich auch eventuell 20 Dosen von dem Blarry bestellt. Das sagt, glaube ich, schon alles. Ich habe von keiner einzelnen Tabaksorte so viel Vorrat wie von dem Blarry. Blarry Brombeere in Exzellence auf exzellentem Darkblend. Platz Nummer 1. Ganz, ganz verdient für diesen Tabak. Das war meine Top 10, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.